Musik So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Mannschaft Dinosaurus. Ihr seht schon, ich bin ja ein bisschen über die Insel gelaufen und hab mir schon mal ein bisschen hier ein paar Sachen rausgesucht, ein bisschen die Gegend erkundet und musste feststellen, dass leider auf der Insel nichts mehr ist. Die verschollene Crew ist auch hier leider nicht zu finden. Sie sind also wahrscheinlich von einem Mosasaurus gefressen worden. Naja, so ist halt das Leben. So, wie wir dann mal wieder aus dem Wasser gehen, denn mir ist so aufgefallen, dass es, wenn wir im Wasser schwimmen, am meisten entdecken können. So wären wir nicht ins Wasser gegangen, hätten wir wahrscheinlich niemals dieses Schiff gefunden und deswegen werde ich jetzt öfters mal auf dem Wasser fahren. Also, das habe ich mir vorgenommen. So, jetzt müssen wir aufpassen, guck, so was, zack, so kann ein Boot ganz schnell kaputt gehen, was ich irgendwie nicht verstehe. Früher habe ich mit meinen Booten immer diese, ähm, diese Shagak, äh, ne, ich sag schon, die Lillipads kaputt gemacht und jetzt, ähm, machen die Lillipads mein Boot kaputt. Das ist, das geht irgendwie nicht, das ist, sehr merkwürdig. Aber vielleicht lag es auch an der Geschwindigkeit, wahrscheinlich war ich zu langsam. Guck mal, hier haben wir Pilze, dann können wir uns auch mal eine Pilze oder so machen. Ja, also wenn wir hier schon Pilze haben, dann können wir uns nämlich zu Hause eine Pilzfahm machen und dann schön, ja, schön Champignons und so, und dann machen wir uns einen leckeren Eintopf. Das ist doch, was wir wollen. So, Pilze, Pilze sammeln. Da muss man auch immer aufpassen, kann ja jeder ein giftiger Pilz sein. Manche sind ja auch, manche Pilze sind ja giftig und sehen genauso aus wie gute Pilze. Ne, da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht so einen Giftpilz hat. Und, ja, auch in Minecraft ist das sehr wichtig. Und was ist das? Wow. Oh mein Gott. Das sieht aus wie blubbernder Baldrock. Soll ich mal da reinspringen? Wow. Wow. Ich sink ja ein. Nein. Hilfe. Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Oh mein Gott, was ist das? Okay. Ich kann ja laufen, das ist gut. Das ist also Treibsand anscheinend. Das ist doch genial. Wie kann man das abbauen? Kann man das abbauen? Das scheint Treibsand zu sein, ja. Ha. Aber ich komme hier nicht mehr raus. Ähm, ne. Schade. Och, Glück gehabt. Das ist doch komisch. Was ist das denn? Wollen wir das doch mal abbauen, wenn das geht. Ähm. Genau, nehmen wir einfach mal die Spitzhacke. Probieren es damit. Das ist Treibsand. Auch nicht schlecht. Sinken wir da erstmal ein. Wie baut man das jetzt ab? Kann man, wenn man es überhaupt abbauen kann? Ich weiß es nicht. Hm. Anscheinend ja nicht. Ja, ist gut, Treibsand. Hm, wie bauen wir dich ab? Also man kann es weder mit der Achse abbauen, noch mit der... Ach, wir probieren es. Ich hau da jetzt einfach mal ein bisschen drauf. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Irgendwann müssten wir das hier abbekommen. So. Ist doch schade, wenn wir das nicht abbauen könnten. Doch, ihr seht schon, da ist ein Riss jetzt drin. Ist ein ganz kleiner Riss. Also das muss man irgendwie abbauen können. Ha. Ich fragte es mir, wie lange wir brauchen dafür. Goh, jetzt ist der Riss schon größer geworden. Ich zoome mal ran. Da seht ihr schon, so ein ganz kleiner Riss. Und da würde ich nämlich echt gerne mal wissen, wie lange so ein Treibsandblock braucht, bis er weg ist. Wir schauen einfach mal. Hau mal richtig schön kräftig mit der Axt drauf. Das dauert ja noch länger als Obsidian. Aber wahrscheinlich baut man das auch nicht mit der Axt ab, sondern irgendwie mit der Schaufel oder mit der... Ich weiß es nicht. Oder mit der... Mit der... Mit einer Hacke. Also nicht mit einer Spitzhacke, sondern mit einer... Hm. Ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr das, ja? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Und ich weiß auch nicht, ob wir hier den Block gleich erhalten würden, wenn wir Silk Touch hätten. Und dann darauf hauen würden. Dann würden wir den Block auch bekommen. Da würde es halt ewig dauern. Ich weiß noch, das erinnert mich so an die Minecraft Alpha. Da konnte man auch irgendwie so stundenlang auf so einen Bedrock rumhauen und dann war er weg. In der Alpha konnte man die ja noch irgendwie abbauen. Oder ich glaube, das war Anfang Alpha, glaube ich war das. Da konnte man die abbauen, hat man einfach eine Stunde daran gesessen, hat er rumgehauen. Da war es jetzt eine Stunde, aber ungefähr so lange wie hier. Und dann war der Bedrock nachher weg. Und daran erinnert mich das gerade. Außer von der Textur her. Erinnert mich echt so an Bedrock. Na ja, mal schauen. Ich hoffe mal, wir können das abbauen, weil da könnten wir auch echt was Cooles machen noch mit. Könnten wir echt coole Dinge mitmachen. Wenn wir die abbauen könnten. Wenn nicht, werde ich einfach mal einen Kumpel fragen, ob er da irgendwie was machen kann, dass wir das abbauen können. Ob er da das irgendwie mal ein bisschen umschreibt. So. Okay, viel fehlt da nicht mehr. Ne, ist gleich weg. Ist gleich weg. Und ihr denkt wahrscheinlich auch, was haut der die ganze Zeit da auf so einen Block rauf? Was ist daran so spektakulär? Ich will den endlich mal weghaben und ich denke, ihr wollt aussehen, kann man den abbauen? Oder kann man den nicht abbauen? So, die Antwort haben wir gleich in wenigen Sekunden. Das dauert wirklich viel länger als Obsidian. Hm. Gleich ist er kaputt. Es sind nur noch... Ja! Wir haben ihn abgebaut. Ein Tag. Super! Ist nur die Frage, wieso dauert es so lange? Kommt mit der Spitzhacke, sehen wir da einen Riss sofort. Kommt mit der Spitzhacke dauert das... Ich werde ihn jetzt nicht ganz abbauen, keine Angst. Mit der Spitzhacke tut sich dann nichts. Mit dem Schwert auch nicht. Also, ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr ja, wie man den abbauen kann. Ich werde das jetzt nicht alles so abbauen. Dann wäre ja die ganze Folge schon voll. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt, wie ich stundenlang da sowas abbau. Also, wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr mir ja auch schreiben, aber... Oh, oh. Oh, oh. Ich sink hier ganz ein, oder? Sterbe ich dann? Wow! Wow, wow, wow! Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Schade. Da kann man sehen. Das war knapp. Oh Mann! Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, weil... Ich wollte ja jetzt nicht so gern sterben. Das sieht man schon, das ist gefährlich da. Muss man aufpassen. Mist. Okay. Ah, Biofusten, die baue ich gerne ab. Die töten mich auch nicht. Oh Mann! Das ist doch krank, diese... Oh, dieser Tar. Also, da kann man echt... Könnte man echt coole Sachen mitmachen. Also, ich würde das auf jeden Fall gerne abbauen. Nur, ich weiß nicht, ob ich da dann... Also, ich würde das dann wahrscheinlich aufs Screen machen, weil ich... Weiß nicht. Also, wenn ihr das sehen wollt, wie ich da stundenlang brauche, um da zwei Blöcke abzubauen, dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube mal, ihr wollt das nicht sehen. Ich vermute es einfach mal. Ja, Skeletten, du musst sterben. So. Gehen wir wieder nach oben. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, nämlich die Jagd nach der Akademie. Genau, wir suchen jetzt schon drei Folgen nach einer Akademie. Haben aber schon sehr coole Sachen gefunden. Wir haben ein Dschungeltempel gefunden. Wir haben hier ein antikes Schiff gefunden. Wir haben hier so eine... Ja, so eine Senkgrube gefunden, beziehungsweise Treibsand. Also, was wir... Ich weiß nicht, was wir noch alles so cooles finden werden. Auf jeden Fall, ihr seht schon in Minecraft Dinosaurs, da wird einem echt nie langweilig. Da gibt es so viel zu entdecken. Das wäre noch nicht mal alles. Es gibt noch so viel. Und besonders, wenn bald das Update rauskommen wird vom Mod. Ja, die Mod-Entwickler wollen bald ein Update raushauen. Dann wird es aber noch mehr geben. Dann wird... Boah. Dann gibt es ja quasi das Doppelte, weil es soll ein richtig großes Update werden. Habe ich jedenfalls gehört. Das soll neue Dinosaurier hinzugefügt werden. Sogar eigene Dinomusik. Da soll neue Gebäude. Da sollen neue Strukturen, neue Blöcke und, und, und. Also, da gibt es so viel Neues. Und jetzt gehen wir mal in die Wüste. Weil, kann ja auch sein, dass wir in der Wüste irgendwie was finden. Komm, ich habe nämlich diese schönen Sanddünen. Wer weiß, vielleicht finden wir hier was. Soll ja auch mal vorkommen, was ist da? Eine Kugel. So, ich mache mal auf... Ja, ist auf easy. Aber habe ich überhaupt schon was gegessen? Hm. Eigentlich hat man doch immer Hunger, aber ich habe irgendwie, glaube ich, noch nichts gegessen. Wahrscheinlich war es wegen dem Treibsand. Boah, das sieht doch mal episch aus. Ohne Witz. Guckt euch das mal an. Also, wenn das nicht episch aussieht, weiß ich auch nicht. Also, das ist wirklich... Das nenne ich mal wirklich episch, ne? Die meisten Wüsten, finde ich, sehen ja hässlich aus, ne? Aber so eine... So eine epische Wüste habe ich noch nie gesehen. Das ist einfach nur episch. Also... Da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. Episch. Ja, Zombie. Dich muss ich wohl nicht mal schlagen, aber ich erlöse dich mal. Wenn du so nicht weiter rumfackelst. Aber das ist wirklich mal ein... Das ist wirklich mal episch. Guckt euch das an. Also, ich bin davon begeistert. Da können wir ja auch nochmal eure Meinung dazu sagen. Wie findet ihr dieses... Ja, diese Struktur? Seid ihr davon auch so begeistert? Oder denkt ihr, ach, es kalt ja. Das ist was ganz Normales. Das sehe ich jeden Tag. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. So, wir gehen auch mal auf den Berg rauf, weil von da haben wir ja wahrscheinlich auch die beste Sicht. Na, ist hier irgendwas? Oh, muss mir das immer passieren. Okay. Ja, wenn wir noch Sand brauchen oder so, wird einfach abgebaut. So, und der kleine Creeper-Mann, der sitzt da auch. Das ist schön. Und was ist da? Und ich dachte, da war gerade irgendwie so ein Haus oder so wie ein Sandstein. Aber Sandstein kommt natürlich auch so ganz oft vor. Na, okay. Gehen wir mal hier hoch. Von oben kann man ja am besten schauen. So, was haben wir hier? Nichts weiter als Sand. Aber irgendwo muss doch was sein. Schau mal, weil... Oh, was ist hier? Also, wenn wir Sandstein brauchen, ihr wisst ja, wie teuer das ist, können wir uns das hier auch ganz einfach holen. Und ich hätte damit die Schafe töten sollen. Dann hätten wir jetzt ein Bett. Aber ihr meintet ja, ich darf mir auch ruhig Tag machen. Damit man auch mehr sehen kann, weil man ja nachts irgendwie so schlecht sieht. Also meintet ihr, ich werde mal gucken, ob das notwendig ist, Tag zu machen. Aber ihr habt mir das ja erlaubt. Ich habe auch extra gefragt. Und deswegen werde ich das dann auch, denke ich mal, machen. Weil ich, ja, es bringt mich, macht ja keinen Unterschied über das Spielgeschehen. Das ist ja eigentlich kein Cheaten. Ja, wieso sollte das Cheaten sein? Das ist einfach nur, damit man besser hier sieht. Weil Tag und Nacht ist es einfach nur zur Optik. Naja, wir schauen mal. So, hier ist wirklich nichts irgendwie. Aber hier muss doch irgendwo was sein. Das kann nicht alles leer bleiben. Hm. Ich vertraue darauf, dass wir noch was finden werden. Irgendwo muss hier irgendwas sein. Hm. Vielleicht gehen wir auch einfach in die falsche Richtung. Ja, wahrscheinlich gehen wir einfach in die falsche Richtung, ne? Der epische, ähm, Der epische Berg war wahrscheinlich schon ein Zeichen. Da müssen wir hin. Aber das habe ich nicht... Moment. Ne. Da ist nichts. Oh. Oh, Enderman. Was soll das? Komm mal her. Oh mein Gott. Die gruselige Enderman Musik. Stirb. Ja, wird es mich... Guck mal, jetzt hat er nur noch 10 Leben. Aber er kann sich überall teleportieren. Das ist so unfair. Ja. Haha, aber jetzt bist du tot. Und da habe ich ein Ende... Nö. Noch nicht mein Ende-Auge wollte er mir geben. So, jetzt verliere ich auch langsam Hunger. Und jetzt habe ich mich verlaufen. Nein. Warte, ich will essen. Okay. Wir gehen mal weiter. Ich würde mal sagen, wir gehen zurück zum epischen Berg. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt Tag anmachen oder nicht? Weil Nacht ist ja auch schön, dann haben wir so diese Monster. Also da frage ich euch lieber nochmal. Soll ich das machen oder nicht? Weil ich finde, bei Tag ist es einfach schön, man kann alles sehen. Aber bei Nacht ist es halt das Geile, man hat hier die Monster. Und es ist so eine Atmosphäre, wo man denkt, scheiße, die Monster, komm, ich muss abhauen. Was ist denn so eine besondere Atmosphäre? Also, könnt ihr mir ja mal sagen, nochmal eure Meinung jetzt. Wenn ihr die nochmal geändert habt. Oder wenn ihr immer noch dieselbe Meinung vertretet. Spiel beim letzten Mal. Könnt ihr es mir einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, wie immer. Oder auch wenn ihr sonstige Anmerkungen habt. Einfach in die Kommentare. So. Und ich werde jetzt erstmal... Nach diesem verflixten... Bauwerk suchen. Hier muss irgendwo was sein. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Weil, ich weiß eigentlich, wenn ich hier so ein epischer Berg ist, dann muss ja auch irgendwas episches stehen. Irgendein episches Gebäude. Das ist einfach so. Das muss einfach so sein. Und wenn nicht, dann möchte ich nicht länger als Kalter heißen. Wow, das war jetzt ein... Oh mein Gott, dann müssen wir auch jetzt schnell was episches finden. Nicht, dass ich hier nachher nicht mehr als Kalter heiße. Das wäre ja schlimm. Bitte sei irgendwo. Irgendwas muss hier sein, kommt schon. Irgendwas. Mist. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ich werde jetzt mal auf Tag machen. Dann muss jetzt 0. Damit wir auch mehr sehen. Und dann werde ich die Render Distance auf... Fahne machen. Also auf richtig hart. Damit ihr da vielleicht auch mal mehr sehen. Ich hoffe einfach mal, wir sehen mehr. Wir werden auf jeden Fall was finden. Vertraut mir einfach. So. Hier, wo wir schaffen das. Genau. Erstmal, erst mal einen Fisch essen. Zusehen wir das Skelett verbrennen und das auslachen. Den Creeper ignorieren, weil er eh nichts macht. Außer ein bisschen Player Damage. Aber der macht ja den Blöcken nichts. Also er zerstört nicht diese wunderschöne Wüstenlandschaft. Gut, irgendwo müsst ihr jetzt mal langsam was zahlen. Da ist was. Ein Dschungeltempel. Äh, jetzt hab ich schon Dschungeltempel. Dschungeltempel. Ein Wüstentempel. Oh mein Gott. Tatsächlich. Da haben wir einen. Ist doch schon mal was, ne? Ein Wüstentempel. Das ist was. Das ist was. Da können wir mal reingehen. Da haben wir doch schon mal was gefunden, ne? Also das finde ich auch einen Fortschritt. Weil hier findet man auch immer ziemlich geile Sachen. Musst du hier aufpassen, ne? Wenn man das hier mal so runter nimmt. Oh, oh. Ich weiß nicht. Wenn der Block hier, der blaue Block auf die Pressure Plane geht, weiß nicht, was dann passiert. Aber man muss hier halt aufpassen, weil darunter ist immer so TNT. Und das ist dann nicht so schön, wenn man da mal drauf tritt. Genau, oh. Nur Knochen. Schade. Ähm. Genau, hier ist das ganze TNT. Können wir auch mal mitnehmen. Gold? Oh, nicht schlecht. Eisen? Auch nicht schlecht. Und noch ein Diamant, bitte. Ah. Knochen und Gold. Aber immerhin besser als nichts. So, und dann natürlich noch TNT. Also das hat sich doch gelohnt. Und ein bisschen Sandstand natürlich. Und die Kisten, ich weiß nicht, die könnte ich eigentlich hier lassen. Weil was wollen wir mit Kisten? Ne? Ernst gemeinte Frage. Nichts. Die können wir uns auch selber craften. Ne, ich nehme eigentlich gerne Kisten mit so, aber wir haben schon so viele. Langsam können wir das auch mal lassen, die immer mitzunehmen. So. Genau, jetzt baue ich mich hier hoch im... Ähm. Sodass ich hier Sandstein abbau. Ist auch gut, weil wenn ihr noch wisst, ich habe ja damals in der alten Welt so einen Sandstein-Turm gebaut. Ihr wisst nicht, wie viel Sandstein der mich gekostet hat. Wenn ich mal wieder hier was mit Sandstein bauen will, da habe ich das schon. Boah, ey. Guck mal, das geht so schnell. Ich muss ja einfach nur so... Wie so ein Mähdrescher. So. Ich glaube, hier mehr gibt es hier gar nichts zu finden. Also es gibt hier noch so schöne Treppen und so. Und ein Ausguck. Aber ich glaube, mehr Kisten oder so gibt es hier gar nicht. Oder? Ne. Aber es gibt hier noch schöne Wolle. Würde ich auch abbauen jetzt, aber... Wir haben ja keine Schere mit und ich... Ach, das muss auch nicht sein. Gut, dann haben wir doch wenigstens schon mal einen Dschungeltempel gefunden. Das ist doch schon mal was. Ne? Ein... Ich sage immer Dschungeltempel dazu. Verzeiht mir. Ich meine natürlich... Wüstentempel. So. Autsch. Gut. Wir finden aber noch mehr. Ich bin mir ganz sicher. Aber jetzt habe ich doch meine... Mein Versprechen gehalten. Wir haben was... Cooles gefunden. Nämlich einen Wüstentempel. Wahrscheinlich kannten die meisten schon mal... Von euch schon mal so einen. Aber für die, die es noch nicht kennen... Die wissen jetzt... Ah. Es gibt Wüstentempel. Ja und die gehören nicht nur zum Mod, die gehören seit... Ich glaube seit der 1.3.2 zum normalen Minecraft dazu. Vermute ich jetzt. Kann auch sein, dass die schon früher da waren, aber ich glaube 1.3.2 war das. So. Aber ihr seht schon, die Suche nach so einer Akademie... Das nimmt schon ganz schön viel Zeit in Anspruch. Also ihr merkt schon... Da muss man wirklich lange suchen, bis man so eine hat. Die sind wirklich selten. Aber wenn man dafür eine Akademie hat... Dann findet man... Dann findet man... Was? Dass man seinen Augen nicht mehr glaubt. Und das glaube ich jetzt auch nicht. Was macht dieser rote Pilz... Hier in einer Wüste? Hier wächst doch nichts außer Kakteen. Jetzt mal im Ernst. Wieso wächst ein Pilz... Hier in der Wüste? Ich habe noch nie einen Pilz in der Wüste gesehen. Das ist doch... Warum wächst hier ein Pilz? Ganz im Ernst. Das ist merkwürdig. Sehr merkwürdig. Muss ich gleich protokollieren. Also das ist... Ja unverständlich, wie so ein Pilz in der Wüste wachsen kann. Mit diesen schlechten Wachsbedingungen. Ich habe wirklich noch nie einen Pilz in der Wüste gesehen. Also in real life auch nicht. Aber ich meine jetzt so in Minecraft... Ich habe wirklich noch nie einen Pilz in der Wüste gesehen. Und was ist da? Ein Brunnen? War da gerade ein Brunnen? Ja, ein Brunnen. Tatsächlich. Und wenn... Ihr wisst was das heißt. Dort wo ein Brunnen ist... Ist ein Dorf nicht weit entfernt. Vermute ich einfach mal. Weil was sollte ich denn so... Brunnen einfach so stehen? Okay mein lieber Brunnen. Du bist ein sehr kleiner Brunnen. Schade. Sind auch keine Kisten drin. Aber wir haben einen Brunnen gefunden. Also ein Zeichen von Zivilisation. Hier waren also damals... Wahrscheinlich ist das die Crew. Der hat sich so hier angesiedelt. Hat sich so einen Brunnen gebaut. Also ich wurde doch nicht von Mosasaurus gefressen. Die ein paar Leute sind dann gekommen. Und haben sich hier irgendwo ein Dorf aufgebaut. Und wir finden das jetzt. Auf den Spuren der Crew... Werden wir dieses Dorf finden. Wie gesagt. Wenn ihr da noch eine eigene Theorie habt. Was mit der Crew doch noch geschehen ist. Oder ob das was mit der Wüste zu tun hat. Dann könnt ihr mir das ja auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich werde mal die Render Distanz wieder ein bisschen runterdrehen. Und wir wollen ja auch gute Performance haben. Obwohl meine momentan Grafikkarte... Die ist ja irgendwie kaputt gegangen. Also ja. Da muss ich dann sowieso nochmal gucken. Dass ich die mal reparieren lasse. Aber momentan kann ich halt... Nicht auf... Also ich kann auf Extrem spielen. Nur wenn ich aufnehme. Kann es an manchen Stellen ruckeln. Das ist halt das Problem. Ja. Deswegen. Was haben wir hier? Ah. Hier waren wir schon. Ihr seht schon. Man muss hier wirklich lange rumlaufen. Und da ist ein See. Mitten in der Wüste. Das ist doch genial. Hier müssen sie sich niederlassen. Weil hier ist ein See. Und Kulturen lassen sich immer in der Nähe von Wasser nieder. Wo die was zu trinken brauchen. Aber ich sehe hier nirgends vor einer Kultur. Weder ein Dorf. Noch irgendwas anderes. Hm. Mysteriös. Haben wir Holz mit... Ne. Das hätten wir uns jetzt im Boot craften können. Schade. Sonst wäre ich mir ein bisschen wieder rumgedüst. Aber... Müssen wir das wohl lassen. Werden wir weitersuchen. Nach der Zivilisation. Nautili. Die gibt es auch hier. In der Wüste. Erstaunlich. Hallo Nautili. Ein Zeichen von Dinosauriern. Die wir mal wieder sehen. Ja. Ich zähle sie mit zu den Dinosauriern. Auch wenn es einfach nur so... Ähm... Urzeltiere sind. Aber für mich sind es Dinosaurier. Ich zähle sie dazu. Jedenfalls die Minecraft Dinosaurs. Da muss man nicht groß unterscheiden. Zwischen Dinosaurier und Amphibien und Kopffüßlern und was weiß ich alles. Was das alles gibt halt. So. Wir schauen mal. Hallo Kaktus. Hallo Kaktus. Irgendwo finden wir noch was. Ich bin mir ganz sicher. Ja. Zum Beispiel hier haben wir überall Kakteen in der Nähe. Das heißt sie hätten hier leben können. Sie hätten sich hier so einen Kaktus nehmen können und daraus Saft machen können. Sie hätten so einen Cocktail gehabt. So einen Kaktus Cocktail. Und dann haben sie ein schönes Leben hier in der Wüste geführt. Aber wer weiß was sie so gemacht haben. Vielleicht ist ja auch ein T-Rex gekommen und hat sie hier niedergefressen in der Wüste. Vielleicht leben auch in der Wüste die letzten lebenden Dinosaurier. Also die Dinosaurier die nicht in der... in Fossilien eingeschlossen sind. Also die wirklich frei rumlaufen. Wer weiß vielleicht gibt es das ja auch in dieser Mod. Wir lassen uns einfach überraschen. Das ist auch der Grund warum ich mir nicht so viel durchlese über diese Mod. Weil ich mich auch großen Teils, größtenteils überraschen möchte. Da habe ich wieder so einen epischen Hügel. Das finde ich nämlich am besten, dass man hier so einen Überraschungseffekt hat. Wenn man spielt und so gar nicht weiß was erwartet mich denn jetzt. Es war es genauso als wenn ihr das erste Mal Minecraft spielt. Ich weiß nicht. Ich denke jeder von euch das erste Mal Minecraft das war das beste Mal. Bei manchen Dingen ist das anders. Aber das erste Mal Minecraft spielen das ist... Boah ich habe es geliebt. Ich war süchtig nach Minecraft. So jetzt sind wir wieder hier. Bei unserer epischen Stelle. Es sei denn die wurde geklont und die gibt es zweimal. Aber ich glaube das ist dieselbe. Ja wir sind an der selben Stelle. Werden wir mal nach links gehen. Mal gucken was da ist. Aber es ist wirklich so das erste Mal Minecraft. Man kann so viel entdecken. Man kann so viel machen. Und deswegen. Also ich habe das wirklich. Ich war wirklich süchtig danach. Ich habe da wirklich zwei Wochen lang. Tage lang. Stunden lang gespielt. Das glaubte ich nicht. Ich war wirklich so süchtig. Als ich aufgewacht bin morgens dachte ich. Ich muss Minecraft spielen. Ich muss Minecraft spielen. Kurz bevor ich schlafen gegangen bin. Dachte ich. Okay. Ich baue jetzt noch das zu Ende. Und dann morgen früh spiele ich weiter. Also ich war wirklich ziemlich süchtig. Nach Minecraft. Aber es ist auch normal. Da muss man einfach was richtig sein bei Minecraft. Und hier haben wir Schnee. Was nicht auch mal wundet. Direkt Schnee. Direkt an Wüste. Das ist irgendwie merkwürdig. Ihr könnt mir ja nochmal von euren ersten Mal Minecraft Spielen erzählen. Wie das bei euch so war. Ob ihr auch so süchtig wart. Oder ob ihr da eher ja keine Ahnung. So nach dem Motto wart. Ja irgendwie war es nicht so meins am Anfang. Zum Beispiel ich kenne auch einen. Ich kenne auch jemanden der meinte so zu mir. Ja was kalt. Ja mit Minecraft. Bei mir war das halt so. Dass ich das erstmal so. Ja mal getestet habe. Weil alle gemeint haben. Ja ich spiele das. Ich spiele das mal. Und dann ja habe ich halt gemerkt. Dass ich gar nicht wusste was man da macht. Und so. Und dann habe ich es dann irgendwie aufgegeben. Weil ich dann keine Lust mehr hatte. So eine Leute habe ich auch schon gemerkt. Und dann dachte ich dann auch nur so. Ey komm jetzt. Das ist doch gerade das Geile. Dass man nicht genau weiß was man machen muss. Sondern dass man sich. Ja quasi selbst etwas ausdenken muss. Und man quasi von der eigenen Kreativität abhängig ist. Was man macht. Und das fand ich gerade das coole. Und wenn man baut sich irgendwas. Weißt du gar nicht richtig was man machen muss. Weißt es gibt hier so unterirdische Höhlen. Wo man die man erkunden kann. Und ähm. Es gibt unterirdische Höhlen. Die man erkunden kann. Und neue Dinge zu entdecken. Man kann sich so ein Tunnelsystem bauen. Man kann auf. Auf Jagd gehen. Auf Fossilienjagd. Man kann Dungeons erkunden. Also da gab es wirklich so viel. Und das. Als ich angefangen habe. Da gab es ja noch nicht so viele Updates. Aber das was es da gab. Das waren ja so die grundlegenden Mannschaftssachen. Und das hat mir gereicht. Also die hätten das eigentlich nicht updaten brauchen. Meiner Meinung nach. Ist zwar schön und gut die Updates. Aber hätten sie gar nicht updaten brauchen. Also ich fand das auch damals ziemlich genial. Das beste Update wird für mich auch immer Beta 1.8.1 bleiben. Das war für mich wirklich das beste Update. Danach fand ich waren die Updates nicht lang nicht mehr so gut. Aber es war ja dann auch die Zeit wo dann Jepp rankam. Wobei ich jetzt nicht sagen will dass Jepp dafür verantwortlich ist. Und ich will auch nicht sagen dass Jepp irgendwie. Ja die Minecraft Updates einfach nur von irgendwelchen Mods kopiert. Und sich nichts eigenes ausdenkt. Das will ich gar nicht sagen. Ne aber ich weiß nicht. Natürlich sind die Minecraft Updates gut. 1.7 wird wahrscheinlich auch ziemlich genial sein. Aber ich bin halt noch so jemand von der alten Schule. Der da noch so die alten Versionen auch noch sehr schön findet. Aber das kann man halt auch immer differenziert betrachten. Jeder hat dann eine eigene Meinung. Und jede Meinung ist natürlich berechtigt. Also wenn ihr dann eine andere Meinung habt. Oder dieselbe Meinung. Könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentaren mitteilen. So wie immer einfach. Das finde ich halt auch das Besondere. Dass man sich da auch wirklich drüber unterhalten kann. Das bringt auch einen Riesenspaß zu. Und guck mal ihr seht schon wie sich da zwei Skelette bekriegen. Wir werden mal dazwischen gehen. Wir spielen mal den Streit schlechter. Wir lassen sie sich selber töten. Das ist doch viel besser. Da müssen wir nichts. Da müssen wir weniger machen. So. Komm schon. Du stirbst du auch. Komma One Hit. Und du auch. Kriegen wir nämlich noch ein paar Pfeile. Und ein paar Knochen. Dann gucken wir mal an. Wie viele Pfeile haben wir denn jetzt? 6. Immerhin ne. Besser als nichts. Hallo Creeper du bleibst da stehen. Ich finde schade dass man die Pfeile die hier drin stecken nicht einsammeln kann. Dann hätte man. Könnte man wirklich so eine Pfeil Farm machen. Ich glaube früher ging das. Da konnte man die Pfeile die da drin stecken einsammeln. Das war früher möglich. Aber irgendwie seit. Weiß ich nicht. Seit wann das nicht mehr geht. Wahrscheinlich auch seitdem Jepp da irgendwas rum gefuscht hat. Ich weiß es nicht. Aber okay. Das war es dann auch erstmal mit dieser Folge Minecraft. Ich werde mich jetzt nochmal auf die Suche begeben. Und ihr könnt mir nochmal schreiben. Wie ich das dann so die nächste Folge machen soll. Ob ich da weitersuchen soll. Oder ob ihr da meint. Okay. Ich habe schon viel gesucht. Hast auch viel gefunden. Aber die Akademie kannst du ja einen anderen mal suchen. Oder ob ihr der Meinung sagt. Ja Skald hat da schon sehr viel gesucht. Du bist kurz vorm Ziel. Such weiter. Und dann könnt ihr mir nochmal sagen. Wie ich das denn machen soll mit dem Suchen. Ob ich da wirklich nochmal ausgehend viel suchen soll. Damit ich da schon so die Akademie. Damit ich da schon weiß. Okay. Da muss ich ungefähr hinlaufen. Also damit ich da schon so grob irgendwas weiß. Oder soll ich wirklich wie jetzt einfach mal drauf los spielen. Und dann wirklich abwarten bis wir was finden. Weil ich könnte auch theoretisch einfach nochmal ausgehend ein bisschen rumsuchen. Ein bisschen mit dem Schiff rumfahren. Und dann sehen. Aha da ist was. Und dann nehme ich dann auf. Also dass ich dann quasi. Genau. Wenn ich dann was gefunden habe. Die Aufnahme starte. Müsst ihr mir einfach mal sagen. Was ihr da am besten findet. Was ihr da so. Mehr mögt. Einige von euch meinten ja auch. Skalda ist es eigentlich egal. Was du machst. Wir gucken deine Folgen immer. Weil wir. Dich cool finden. Ja. Also sowas gab es auch schon. Das fand ich auch schön. Dass die Leute dann gesagt haben. Ja Skalda. Du kannst wirklich alles machen was du willst. Hauptsache. Du. Let's play's das. Und das findet das so in die Kommentare. Die finde ich auch immer schön. Okay. Aber. Kommen wir mal zum Schluss. Kommen wir hier nochmal zum Abschluss. Hier dieses Skeleton. Na wenn wir gewinnen. Ja natürlich fällen wir das. So. Okay. Aber dann war es das auch mal mit dieser Folge. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat. Dann könnt ihr mir immer gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn es euch nicht gefallen hat. Dann einfach einen Daumen nach unten. Ja und wenn ihr sonst auch irgendwelche Fragen habt. Sonst geht es dann einfach in die Kommentare. Und sonst wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.